moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen wall breach spot zeigen auf der karte die maschine und zwar könnt ihr wieder hinter die map gehen und dafür braucht ihr als aller erstes mal das dr rutscher perk und ich würde euch empfehlen euch die wunderwaffe mitzunehmen und den nova 5 gas aufsatz drauf zu packen so leute wenn ihr alles habt dann kommt ihr ins waffenlabor und jetzt leidet dorthin wo ich ins leide und kurz bevor ihr die mauer berührt drückt auf pause und wenn ihr das richtig gemacht habt leute dann landet ihr hinter diesem gitter also nimmt anlauf und kurz bevor ihr diese metall gitter berührt drückt auf pause dass das so ein zwei sekunden im pause menü und wenn ihr das dann richtig gemacht habt wie gesagt landet ihr hier in diesem käfig so in diesem käfig könnt ihr jetzt nur durch diese tür rechts von euch durch schießen zombies werden sich jetzt alle hier versammeln hier würde ich euch jetzt empfehlen die wunderwaffe die gas wunderwaffe schießt auf den boden und saugt die zombies ein das einzige was euch hier jetzt damage geben kann sind die hunde also das gas von den hunden und wenn ihr nicht wollt dass die megatons auf euch schießen dann müsst ihr ein kleines stück weiter nach hinten da sind diese maschinen so wie ich hier einfach in diese maschine reingehen und die zombies versammeln sich auch hier vor euch und ihr könnt die ganz in ruhe töten wenn ihr dann juggernaut und selbstwiederbelebung drauf habt dann braucht ihr eigentlich auch gar keine angst haben dass sie von dem hunde gar stirbt denn ihr werdet das ganz easy schaffen und mit feuerring und der gaswaffe könnt ihr eigentlich unendlich runden hier spielen wenn ihr wieder raus wird leute einfach den ether schläger nutzen und ihr seid wieder draußen ansonsten war es das mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für alle die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern ansonsten und bis zum nächsten mal so Bis zum nächsten Mal.